Hallo, ich bin Caro. Ich bin Singer-Songwriterin und ich hatte bis vor kurzem drei Monate lang ein VIP Gesangscoaching bei Tanja Levy und ich berichte euch jetzt mal von meinen Erfahrungen. Gesangsunterricht war für mich immer so ein bisschen so ein rotes Tuch. Ich war immer sehr unsicher und hatte Angst vor Bewertungen und dachte Gesangsunterricht bringt mir doch eh nichts und singen ist einfach nur Talent. Entweder man kann es oder man kann es nicht und ja durch den Unterricht bei Tanja wurde ich wirklich eines Besseren belehrt und habe gemerkt, dass es wirklich so auf den Gesangsunterricht ankommt, der bei Tanja jetzt tatsächlich wirklich sehr strukturiert, sehr lösungsorientiert, sehr einfühlsam und auch empowernd war, was mich dann wirklich in die Weiterentwicklung gebracht hat gesanglich, weil die Übungen wirklich sehr sehr passend waren zu dem Problem, was ich dann jeweils zu der Zeit hatte und insgesamt fand ich es einfach sehr gut, wie Tanja als wirklich erfahrene Gesangslehrerin einen da versteht abzuholen, wo man gerade steht und was für Übungen man braucht und wirklich Schritt für Schritt ja seine Ziele zu erreichen und ja einen fordert, aber nicht überfordert und besonders gut haben wir auch diese Audioübungen gefallen, die ich per WhatsApp bekommen habe und wo ich dann unter der Woche weiter üben konnte. Die waren jetzt alles andere als dröge, sondern ja einfach mega gut gemacht und ja dann konnte ich auch noch eigene Songs mit denen in den Unterricht nehmen, was ich auch super gut fand, wo ich dann auch noch mal wertvolle Tipps bekommen habe und ja das Feedback auch per WhatsApp außerhalb des Unterrichts auch zu anderen Fragen, was meine künstlerische Entwicklung als Singersongwriterin angeht, fand ich auch sehr gut und alles andere als selbstverständlich bei Gesangsunterricht, dass man da noch Tipps bekommt, wie man sich als Künstlerin etablieren kann, was hilfreich ist, was nicht hilfreich ist und was meine Stimmprobleme angeht, kann ich sagen, dass ich wirklich eine Verbesserung gemerkt habe, dass mir auch andere gesagt haben, hey deine Stimme hört sich richtig gut an, also ich habe in den letzten Wochen wirklich mehr Komplimente bekommen als in den letzten Jahren für den Klang meiner Stimme und insgesamt fand ich es wirklich mega 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 gut, dass Tania da so positiv und empowernd ist, was ihre Schüler angeht, also nicht nur auf Social Media, sozusagen frei zugänglich für alle, sondern halt auch im Unterricht wirklich das einhält, was sie auf Social Media verspricht und ja, momentan mache ich den starke Stimme, starkes Mindset-Kurs, das ist Gruppenunterricht, wo man eben an seinem Mindset arbeitet, das teilweise wirklich die Stimme blockieren kann, was bei mir definitiv der Fall ist, also viele denken ja, sie können nicht singen und auch ich, obwohl ich jetzt schon lange singe, habe auch immer wieder negative Denkmuster, die mich blockieren und ich finde es wirklich ganz toll in dem Kurs, dass er so interaktiv ist, dass wir eine Gruppe sind von von Schülern, die zusammen mit den Gastdozenten, also einer Psychologin und Denise, dem anderen Gesangscoach intensiv darüber sprechen können, was uns daran hindert, in das volle Potenzial unserer Stimme zu kommen und ja, die Übungen sind immer mega cool und ich bin einfach mega dankbar, dass ich da teilnehmen kann und so viel darüber lernen kann, wie die Stimme noch besser werden kann. Genau und alles in allen kann ich halt einfach sagen, dass ich einfach dankbar bin, dass ich darauf gestoßen bin und in diesen drei Monaten so unfassbar viel für mich als Sängerin mitnehmen konnte und dass ich eben auch auf ein mega sympathisches und herzliches, empowerndes Team gestoßen bin und kann sozusagen jedem Sänger, jeder Sängerin die Online-Kurse von Tania empfehlen, wenn man mit einem professionellen Team zusammenarbeiten will und wirklich sich weiterentwickeln will.